Na, meine kleinen Kinder haben Lust auf ne Runde HG. Was ist denn dein Lieblingskid? Balken! Balken! Lampieren! Heute, meine Damen und Herren, wagen wir einen weiteren Schritt auf die Erkundung der besonderen Spezies. Dieses Mal geht es auf den Zymp-AG-Server. In unserer Studie über Bastige AG-Fanboys haben wir uns intensiv mit den Verhaltensweisen auseinandergesetzt. Bastige AG-Fanboys werden in der Fachsprache auch als Matzen bezeichnet. In dem beliebten Spielmodus AG verbünden sich die Matzen meist zu Zweier- oder Dreiergruppen. Es kann allerdings durchaus einmal vorkommen, dass die Matzen im Rudel anzutreffen sind. Sollte man auf derartige Gruppen treffen, ist äußerste Vorsicht angesagt, denn Matzen schrecken nicht vor aggressiven Handlungen zurück. Die richtig motivierten Matzen sind unter der Erde aufzufinden, wo sie sich auf die Suche nach Eisen begeben. Diese Sorte stellt allerdings keine Gefahr dar. Zur Gefahr wird sie erst, wenn sie Viking und im Besitz einer Eisenachse ist. Das Erkennungszeichen der Matzen ist ein Smiley mit einer Nase, auch genannt Zick-Zack-Smiley. Welche Bedeutung dieser hat, ist allerdings noch unklar. Ihr Wortschatz besteht zu 90% aus... Uff! Bruder, gönn mal Kappa... Mat... Tocks, 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 tocks. Oh! Oh, ne, 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 ne.